Oh ne! Unbesiegbarkeit! Kommt, meine Freunde! Seid mit mir besiegbar! Feuer gefällig! Die Raketen fliegen auf ihn zu! Das sieht cool aus! Diese Animation fand ich super gerade! Ne! Darüber komme ich glaube ich nicht, oder? Hä? Ich muss da irgendwie rüber! Also die Sprünge! Die haben es jetzt mega in sich! Hä? Wie soll ich denn da rüberkommen? Gibt's hier irgendwas? Tatsache! Das war jetzt irgendwie ein bisschen... Okay, wir machen das mal so! Gute Nacht! Oh, da unten ist ja noch einer! Da war noch einer! So! Okay, ich denke mal, wir haben jetzt hier alles gecleared! Was piept denn hier so? Achso, da sind ja Computer irgendwo! Hä? Wie die einfach piepen! Ah, guck mal! Endlich mal wieder Gegner, die mir gefallen! Weil sie so schnell aufgeben! Ähm! Hä? Oh nein! So, war's das? Wieso hält der so viel aus? Sind das irgendwelche Superformen? Oh Mist! Meine Munition! Ist hier irgendwo das Chronocepter? Mist! Oh Gott, das ist ja richtig fies! Von der Entfernung! Hä? Wenig Leben! Boah, ich bin... Ich bin schockiert! Muss man echt sagen! Der Bogen... Na gut, dann können wir mal ein bisschen auffüllen! Ist schon irgendwie interessant, dass es keine normalen Pfeile mehr gibt! Was ist denn jetzt passiert? Ist gerade der Fahrstuhl nach oben gefahren? Verstehe ich nicht! Da gibt's volles Leben! Juhu! Ähm! Okay, der hält viel zu viel aus! Ho! Gerade voll auf die Waffen geachtet, sodass ich gar nicht geguckt habe, was vorne irgendwie läuft! Sehr schön! Oh nein! So! Das war's dann wohl! Und weiter geht's! Es wird jetzt grün! Es wird immer schlimmer, hast du das Gefühl? Okay, wo muss ich lang? Ich geh mal gerade aus! Es ist hier ganz schön hell! Finde ich! Hier gibt es eigentlich gar nix! Ne! Okay, dann lass uns mal... Den Weg nehmen! Oh nein! Sind alle wieder da! Sagen wir mal fast wieder da! Wer ist hier? Ach! Mein Kumpel! Der mir erst mal mein ganzes Leben abzieht! Oh! Okay! Warum geht's hier runter? Hallo? Hallo! Ist noch jemand? Der ist da! Ach! Und auch mein Kumpel! Der so viel aushält! Ich glaube, ich muss tatsächlich geradeaus erst mal weitergehen, weil das hier sieht irgendwie für mich so aus, weil hier ein Speicherpunkt ist, als ob es hier weitergehen würde. Deswegen werde ich nochmal mit dem Fahrstuhl hochfahren. Das geht ja zum Glück! Na los, fahr hoch! Hi! Also, hier müssen wir mal gucken. Boah, ey! Hier ist irgendwie... ...etwas nicht so, wie es sein sollte. Ah! Ah, jetzt bin ich hier bei der Waffenkammer quasi! Sehr gute Entscheidung, dass ich hier nochmal war. Okay, der ist tot. Wie komme ich denn da hoch? Wahrscheinlich gar nicht. Äh. Okay. Ich dachte... Ich wäre jetzt hier... ...wo man... ...wo die Waffen sind. Ah! Na toll! Und das noch! Wie, die sind alle wieder da. Die sind alle wieder da! Raus hier! Sofort raus hier! Schlingel, Schlingel, Schlagel laufen. Dann treffen sie nicht. So, jetzt springe ich aber runter. Ui! Weil man ja so was überleben kann. Wir sind ja so eine Art Superheld. Ähm. So geht es zum Beispiel. Rechtsweil, noch nicht. Okay, ich glaube, hier muss ich gar nicht lang. Also zwangsweise. Sehr schön. Raketen, Raketen. So, dann speichern wir mal. Alter, ist das aufregend hier. So, stellen wir uns mal hier hin. Drücken wir mal hier auf Speichern. The final konfront... Ja, die finale konfrontation. Man merkt es auch. Hi! Boah! Zieh mir erst mal mein ganzes Leben ab. Ich meine, ich hab's verdient. Boah! Wo geht's denn hier hin? Irgendwo? Geht's hier irgendwo hin? Oh, nicht. Was ist das denn? Jetzt gibt's noch einen neuen Gegner? Ernsthaft? Muss das sein? Jetzt machen sie ernsthaft noch einen neuen Gegner. Ah! Granate! Okay. Ich brauch mehr Leben. Mist! Ich hab mich in die Luft gesprengt. Ja, sowas passiert, Kinder, wenn man Feuerwerk in der Hand hält, sozusagen. Ich müsste eigentlich mal kurz... Kleinen Moment. Und ich bin Terra! So. Prost! Ah, schön. Ähnlich wieder... Ähm... ...etwas mehr Spucke im Mund. Weil wenn man so die ganze Zeit... Boah! Ich sag mal, aufnimmt, hat man auch irgendwann so ein richtiges Pappenmaul. Also so fühlt es sich jedenfalls an. Jetzt wenn man gerade Pappe gegessen hat. Wo komme ich denn jetzt raus? Äh... Okay. Wo genau... ...laufe ich hier lang? Hä? Habe ich jetzt irgendwie alles umlaufen? Hä? Wo laufe ich hier hin? Das ist mir immer Schaden zufüge Obwohl die Waffe Beziehungsweise die Granate ziemlich weit weg einschlägt Ist schon krass Habe ich eigentlich noch Gettling? Nö Jetzt haben wir wieder Minigun Granaten Äh, wo geht's denn da oben hin? Oh, natürlich Warum auch nicht? Ich wollte schon immer mal wieder eine Krabbe haben Hm Das hat jetzt hier nicht so viel gebracht Hier lang zu laufen Ich glaube, das war einfach nur, damit ich die Waffen einsammeln kann Weil da komme ich nämlich noch hin, wenn ich oben lang laufe Ach, sieh mal einer So springe ich hier unten rein Okay, jetzt habe ich, jetzt hat sich meine Frage quasi erübrigt, die ich hatte So Gehen wir jetzt hier mal wieder raus Jetzt muss ich diesen ganzen weiten Weg wieder hochlatschen Naja, es hätte ja sein können, dass wir hier irgendwas Schönes finden, aber so wirklich schön War das jetzt nicht War das jetzt nicht Wir müssen da auf jeden Fall runter Da gibt es nämlich irgendwas Aber was das ist, das weiß ich halt nicht Ob es da vielleicht das Chronocepter gibt Hm Gute Nacht Ich glaube, wir sind jetzt wieder oben Ja Hier ist wieder Wasser Äh Wo muss ich denn jetzt lang? Hier muss Ich glaube, hier muss ich lang Boah, wie viel Bleib mir vom Leib Mutantenkrabben Boah Los Sehr gut Wir haben wieder eine Energiezelle gekriegt Dieses Level ist gigantisch Will ich jetzt einfach mal gerade fest Halten Okay Jetzt bin ich hier oben Jippie Also Hier gibt es nicht das Chronocepter Hier gibt es irgendwas anderes Und da geht wieder eine Klappe auf Was? Schnell Woah Okay, ich hätte vielleicht abwarten müssen Woah Äh Kann mir mal jemand verraten, warum ich da runterklettern kann? Oder runterspringen kann? Das will ich jetzt aber mal wissen Woah Ich kann da wieder hochklettern, oder? Tatsache Raffiniert Und warum kann ich auf der anderen Seite nicht hochklettern? Oder an den Seiten? Oder beim Pfosten? Obwohl es die gleichen Steine sind? Na los Boah Was haben wir denn da? Eine Tür Boah Weißt du, was ich jetzt mal mache? Weil ich jetzt hier Granaten kriege Granate Was? Der lebt noch? Unglaublich Was manche Gegner so aushalten Kann ich nur mit den Ohren schlackern? Okay Okay, Raketen habe ich Boah Das war knapp Hier kriege ich auch echt viel Leben Whee Ähm Was ist das hier? Oh Man nennt es Luftzug Ist da oben Das ist ein Fusionsteil, ne? Mist Das muss da irgendwie hoch Das hat nicht so ganz getroffen Aber das hat getroffen Wie komme ich denn da jetzt hoch? Achso, wahrscheinlich so Moment Oh nee Das ist nicht so schön Ha Ja Die Fusionskanone kann zwei Schuss haben Oh mein Gott Ja, die muss Die muss schon sehr stark sein Mist Ich werde mich jetzt hier mal tragen lassen Ah, das ist wie als wenn man schwimmt Gibt's ja irgendwo das Kronozepter-Teil Uhu Da geht's bestimmt weiter Hier kann ich speichern Boah Wo geht's hier hin? Ich hätte speichern sollen Ich gehe rein Laden wir mal kurz die Munition wieder auf Und ich glaube er lebt noch Ne, sind beide kaputt Hä? Okay Das hat also überhaupt nichts gebracht Da rein zu gehen Dämlich So Dann speichern wir hier Speichern Und Hoch da Da sind wir Laser Okay So geht das Ich hab keine Gatling mehr Ist ja schon mal sehr schön Der nächste Gegner sitzt da schon mal Hinter der Tür Boah Es ist hier dauerhaft Action Gerade Was ist das? Boah So Much moves Okay Hier war nix Mal sehen wie das hier auf der linken Seite aussieht Boah Wie viel hier aushalten Hier war aber nix drin außer Attack-Pfeile Okay Hat sich also nicht wirklich gelohnt Na wann ist der denn mal tot? Immer noch nicht Jetzt Boah Fünf Schuss waren das glaube ich Na warte Schön tot Ähm Pistole Na los kipp doch endlich mal um Okay Oh Keine gute Idee Impulsgewehr raus Ich laufe hier Oh Also man merkt Es geht hier zum Ende zu So viele Gegner Wie hier auf dem Haufen sind Das ist echt nicht mehr normal Vor allem die sind ja auch nicht gerade schwach Will ich mal gerade anmerken So Okay die Gatlinge ist voll Punitionen aufsammeln Und hier lang Boah Okay Da ist noch einer Los 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 Gib um So wie weit ist das wohl noch? Ah Vor allem wo ist das Chronozept da? Ich will's haben 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 Okay Hier war Sackgas Zwei Seiten Bekämpfung 160 Leben Das geht eigentlich noch Boah Okay Es hat irgendwie funktioniert Da hab ich schon den nächsten Gegner gerade wahrgenommen Hallo Hobby Oh nein Ähm Gute Nacht Gute Nacht Drei Schuss Ganz entspannt Haben wir mit der Pistole auf ihn eingeschossen Ich glaube das war's Hier in dem Raum Aber hier ist auch nix Warte mal Fürs Impuls Okay Impulsgewehr ist voll So Wieder Laser Dahinten ist wer Mist Was ist hier? Oh Oha Ich geh jetzt erstmal hier rein Da ist wieder eine Fusionskanone Ich müsste damit echt mal mehr schießen Okay Ich glaube ich komme jetzt dazu Wow Okay Fusion 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 Hallo Freunde Wow Jetzt hab ich sie gerade leer geschossen Verdammt Ich hab nicht gesehen Dass das Ding geschossen hat Egal Wir kriegen sie jetzt wieder Neu Die Fusionskanone hat immer gleich zwei Ach das ist noch was Boah ey Hoah Ja 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 Komm Von allen Seiten Geht's noch Es ist so unfassbar Ich bin gerade etwas Merkt man das? Überfordert? Kann man das so nennen? Da ist ne Energiezelle Wer damit